Putin spricht erstmals über den mutmaßlichen Tod von Wagner-Chef Brigoschin. Seit eineinhalb Jahren führt Russland jetzt schon Krieg gegen die Ukraine. Es bleibt warm bis zum Wochenende, erst am Montag wird's herbstlich. Herzlich willkommen bei ORF 3 Aktuell am Abend. Ich freue mich, dass Sie uns zuschauen. Gestern ist die Nachricht vom Flugzeugabsturz in Russland um die Welt gegangen, bei dem der Chef der Söldnergruppe Wagner, Yevgeny Brigoschin, ums Leben gekommen sein soll. Vor circa einer Stunde hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals dazu geäußert. Putin spricht der Familie des Söldner-Chefs sein Beileid aus. Man werde sehen, was die Ermittlungen der russischen Behörden ergeben, sagt Putin. Viele glauben, dass der russische Präsident am Tod Yevgenys nicht ganz unbeteiligt war. Die USA etwa gehen Insidern zufolge davon aus, dass das Flugzeug abgeschossen wurde. In Russland scheint die Trauer unterdessen groß zu sein. Vor der Wagner-Zentrale in St. Petersburg haben viele Menschen Blumen niedergelegt. Und wie es nach dem mutmaßlichen Tod von Brigoschin und einigen wichtigen Mitgliedern seiner Söldner-Truppe mit der Gruppe Wagner weitergeht, das hat meine Kollegin Teresa Kulowitsch heute in ORF 3 aktuell Albin Rentenberger vom österreichischen Bundesherr gefragt. Man muss schon sagen, dass mit diesem Anschlag oder mit diesem Absturz eigentlich die gesamte Führungsriege der Wagner-Gruppe ausgeschalten wurde. Wir haben Yevgeny Begoschin, der ja sehr bekannt ist, aber auch Dimitri Utkin, der quasi als militärischer Kopf des Unternehmens bezeichnet werden kann, der hier anscheinend unter den Passagieren war. Und das bedeutet, dass wir eine führerlose Wagner-Gruppe haben. Das bedeutet, dass wir drei mögliche Szenarien haben. Das erste wäre eine komplette Auflösung. Das zweite wäre, dass vielleicht ein anderes privates Unternehmen, davon gibt es ja viele solcher Söldnerfirmen, hier einspringen würde und dieses Unternehmen quasi fortführen würde. Da ist natürlich die Frage, ob Russland dieses Risiko eingehen würde, hier nochmal einem privaten Unternehmen so viel Spielraum zu geben und diese Machtfülle zu geben. Und das dritte wäre, und das ist ja das, was auch im Juni angekündigt wurde, dass die in das Verteidigungsministerium überstellt werden, dass wirklich unter die Kontrolle des Staates komplett eingegliedert werden. Kann man einschätzen, welche dieser drei Szenarien derzeit am realistischsten scheint? Ich glaube, dass die letzte Variante, nämlich dass das Verteidigungsministerium sich hier wirklich die Kontrolle behält oder komplett übernimmt, dass das das Wahrscheinlichste ist aus jetziger Sicht. Der Krieg gegen die Ukraine dauert jetzt schon eineinhalb Jahre. Heute vor 18 Jahren hat die russische Armee die Ukraine angegriffen. Auch Geopolitikexpertin Velina Czakarowa ist heute in ORF 3 aktuell zu Gast gewesen. Sie glaubt, dass demnächst vorsichtige Friedensverhandlungen aufgenommen werden könnten und begründet das so. Zum einen, weil die Wetterbedingungen dann für die Gegenoffensive immer schlechter werden würden. Wir können jetzt natürlich die Wetterprognose nicht wissen, aber sicherlich, wenn man sich an das letzte Jahr erinnert, wird es dann immer schwieriger sein, für die ukrainischen Truppen, aber auch für die russischen zu kämpfen. Der zweite Punkt ist natürlich sehr wohl an Politik orientiert. Hier geht es darum, dass die USA, aber auch andere europäische Staaten sich auf Wahlkampagnen vorbereiten werden. Und die USA ist nach wie vor natürlich der wichtigste Staatsakteur, wenn es um die allumfassende Unterstützung für die Ukraine geht. Und dadurch wird auch erwartet, dass da ein bestimmter politischer Druck auf die Ukraine entstehen könnte, dass da zumindest erste Gespräche geführt werden. Der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump ist wieder einmal mit einer der Anklagen gegen sich beschäftigt. Noch heute soll er im Gefängnis in Atlanta im Bundesstaat Georgia erscheinen. Das kann er dann aber sofort wieder verlassen. Es werden nämlich nur seine Personalien aufgenommen. So bezeichnet Trump die insgesamt vier Anklagen in den USA gegen ihn. Die Behörden sehen das anders. In einer knapp 100 Seiten langen Anklageschrift werfen sie dem Ex-Präsidenten und mehreren Komplizen vor. Sie hätten versucht, den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Georgia im Jahr 2020 nachträglich zu kippen. Trumps Anhänger haben zu einer Protestversammlung vor dem Gefängnis aufgerufen. Japan hat begonnen, radioaktives Kühlwasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer zu leiten. Das bestätigt heute der Betreiberkonzern Tepco. Das AKW ist im Jahr 2011 von einem schweren Erdbeben und einem Tsunami getroffen worden. Es kam zur Kernschmelze. Die Überreste der Reaktoren müssen seither gekühlt werden und zwar mit über 1,3 Millionen Tonnen Wasser. Und dieses Wasser muss jetzt irgendwo hin. Das Wasser soll jetzt verdünnt und Stück für Stück ins Meer abgelassen werden. Die internationale Atomenergiebehörde hat nach ihrem Besuch vor Ort grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Die Konzentration radioaktivem Materials sei unbedenklich. Die Methode, die Japan gewählt hat, ist technisch umsetzbar und entspricht internationalen Standards. Das sehen nicht alle so. China verbietet künftig den Import von Meeresfrüchten aus mehreren japanischen Provinzen. Auch Hongkong hat bereits Einfuhrstops angekündigt. In Südkorea ist vor allem der Widerstand in der Bevölkerung groß. Die Menschen sind verunsichert. Ich komme jeden Sommer und Winter hierher. Ich mache mir Sorgen und werde ab jetzt vorsichtiger sein und auch keine Meeresfrüchte essen. Bis das gesamte Wasser gefiltert und aus den Kühltanks ins Meer abgelassen ist, wird es 30 Jahre dauern. Bei Indiens aktueller Mondmission läuft derzeit alles nach Plan. Nach der sicheren Landung der Raumsonde am Südpol des Mondes erkundet jetzt ein fahrbarer Roboter das Gebiet. Im Fokus der Mission das gefrorene Wasser in der Region. Indien feiert sich selbst. Mit der erfolgreichen Landung auf der Südseite des Mondes hat man es als vierte Nation geschafft, eine unbemannte Sonde unbeschadet auf der Mondoberfläche aufzusetzen. Indien kann auf den gestrigen Erfolg sehr stolz sein. Unsere Wissenschaftler haben gezeigt, dass sie es auch können. Der Erfolg hat viele Ebenen. Politisch, wirtschaftlich und nicht zuletzt auch wissenschaftlich. Der mitgeführte Rover hat die Sonde Chandrayaan 3 mittlerweile verlassen und soll nun neue Erkenntnisse über die Oberflächenbeschaffenheit der Südseite des Mondes sammeln. Da könnte Wasser ist drinnen sein, da könnte Helium 3 drinnen sein. Auf einmal ist der Mond wieder total spannend, weil sich einfach die Wissenschaft weiterentwickelt hat. Ein erstes Bild nach der Landung hat die Sonde schon übermittelt. Rund zwei Wochen wird das Fahrzeug in der noch kaum erforschten Region um den Südpol unterwegs sein. BRICS, das ist der Zusammenschluss von fünf Staaten. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben dieser Staaten zusammen und bald könnte er noch länger werden. Denn bei dem Gipfeltreffen in Johannesburg, das seit Montag im Gange war und jetzt zu Ende gegangen ist, wurde eine Erweiterung des Bündnisses in Angriff genommen. Sechs weitere Länder werden mit 2024 in den Staatenbund aufgenommen. Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Saudi-Arabien, der Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate sind jene sechs Länder, die von nun an das BRICS-Bündnis stärken sollen. Schon jetzt leben über 40 Prozent der Weltbevölkerung in den Mitgliedstaaten. Mit der Erweiterung des Bündnisses strebt die Allianz nach mehr globalem Einfluss und einer wirtschaftlichen Abnabelung vom Westen. Bei Razzien in sechs Bundesländern hat die Polizei am Dienstag mehr als 100 Waffen sichergestellt. Ein Mann wurde festgenommen, elf Verdächtige sollen die Waffen illegal besessen haben. Gegen sie wurde vorläufige Waffenverbote ausgesprochen. Am Dienstag in den frühen Morgenstunden schlagen die Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung von sechs Bundesländern zeitgleich zu. Elf Hausdurchsuchungen werden in Salzburg, Tirol, Ober- und Niederösterreich, im Burgenland und in der Steiermark durchgeführt. Die Beamten stellen mehr als 100 Waffen sicher, darunter Faustfeuerwaffen, Hieb- und Stichwaffen und zwei Sturmgewehre. Ein 40-jähriger Mann steht im Verdacht, bereits seit 2014 hunderte Waffen illegal im Ausland gekauft zu haben. Er soll falsche österreichische Einfuhrgenehmigungen verwendet haben. Die Verdächtigen sollen die Waffen bei ihm illegal besorgt haben. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst hat die Umsetzung der Hausdurchsuchungen koordiniert. Was die Verdächtigen mit den Waffen vorhatten, ist nicht bekannt. Anders als beim letzten großen Waffenfund haben die Verdächtigen laut Innenministerium keine Rechtsextreme gesehen. ÖVP-Ministerin Susanne Raab hat heute den Integrationsbericht präsentiert. Es war ein Rekordjahr für Zuwanderung. Mehr als 260.000 Menschen haben sich im vergangenen Jahr hierzulande niedergelassen. Raab fordert jetzt von Asylwerbern eine Leistungspflicht bei Deutschkursen. Wer nicht gut genug Deutsch kann, bekommt keine Sozialhilfe. Die Integrationsministerin macht Druck auf Zugewanderte. Raab will eine Leistungspflicht bei Deutschkursen. Das heißt, Asylwerberinnen und Asylwerber sollen künftig innerhalb einer gewissen Zeit den Sprachkurs positiv absolvieren oder ein gewisses Kursniveau erreichen. Derzeit gibt es ja nur eine Teilnahmepflicht. Die ÖVP-Ministerin verweist auf das akute Problem des Arbeitskräftemangels. Ziel ist es jedenfalls, dass die Arbeitsmarktintegration rascher stattfindet und dass Zuwandererinnen und Zuwanderer nicht in endlos Kursschleifen hängen. Um die deutsche Sprache noch schneller zu erlernen, wurde eine neue Handy-Lern-App geschaffen. Bei der Frage nach möglichen Konsequenzen bei Nichterfüllung der Sprachleistung bleibt Raab vage. Vorstellbar wäre eine Kürzung der Sozialleistungen. Die ÖVP-Ministerin verweist auf Pläne einer Gesamtreform der Sozialhilfe anhand des dänischen Modells. Dieses sieht auch eine mehrjährige Wartefrist bei der Sozialhilfe für Zugewanderte vor. Mit dem EU-Recht sei das vereinbar, sagt die Ministerin. Falls Ihnen die Hitze schon auf die Nerven geht, dann müssen Sie noch ein wenig aushalten. Bis zum Wochenende bleibt es nämlich ziemlich warm. Einzelne abendliche Schauer und Gewitter klingen bald ab. Danach verläuft die Nacht verbreitet trocken. Nach Mitternacht kann dann aus Bayern ein Gewitter hereinziehen. Morgen wird es wieder recht sonnig. In der schwülheißen Luft sind aber weitere Schauer und Gewitter möglich. Einzelne schon am Vormittag. Am Nachmittag werden sie häufiger. Und jetzt erfahren wir noch von Patrick Zwerger, warum es diesmal in Kultur heute geht. Der Dokumentarfilm Vienna Calling über die Wiener Musikszene hat Premiere gefeiert. Und die erste umfassende Biografie über Dichter Ernst Jandl ist erschienen. Das und noch viel mehr ab 1945 in Kultur heute. Und das war ORF 3 aktuell am Abend für heute. Direkt im Anschluss sehen Sie wie immer die Nachrichten in einfacher Sprache. Und danach dann die schönsten Geschichten aus den Bundesländern in Österreich heute. Das Magazin. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen schönen Abend. Bis bald in ORF 3.